Bewirb dich jetzt bei Brüder und Partner als Verkäufer, als Mitarbeiter, als Auszubildender und geh mit mir als bester Verkäufer, als bester Auszubildender nächstes Jahr die Treppe hinauf, wo alle Stars einmal im Jahr, weil sie so gut sind, weil sie es dürfen, weil sie es können und geh mit mir das Kodak Theater, die Treppe hinauf, wo die Oscars verliehen werden. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns, stay true to yourself, ja, holt euch euren Lebens-Oscar, übrigens auf dem Walk of Fame, hier sind noch ein paar Sterne frei und nochmal mein Versprechen ist, für den besten Verkäufer, für den besten Mitarbeiter, bei Brüder und Partner, für den besten Auszubildenden, gehen wir nächstes Jahr zusammen diese Treppe rauf. Oder wir sind zusammen hier bei mir zu Hause, gehen ein bisschen in den Pool oder in den Jacuzzi. Also wie gesagt, der beste Mitarbeiter, der beste Mitarbeiter ist einmal pro Jahr mit mir in Los Angeles, wir leben, lernen, lachen zusammen, leben, lernen, lachen, wir akquirieren, wir arbeiten zusammen, ich bin dein Mentor, der beste Mitarbeiter und der beste Azubi, gerne mit mir schwimmen, gerne mit mir in den Jacuzzi oder wir gehen zusammen in mein Kino und gucken, Stromberg wäre ganz gut, ne, ich liebe Stromberg. Oder bingen irgendwelche Shows zusammen, also strengt euch an. Und wir gehen natürlich täglich zusammen joggen, mindestens hier auf die Treadmill, einmal Fahrrad fahren oder auf den Stepper. Also bewirb dich bei mir, bewirb dich bei Holger Brüder, bei Brüder und Partner. Ich bin dein Mentor, ich zeige dir und helfe dir sozusagen als Mitarbeiter sogar bezahlt, wie du das Leben lebst, das du verdienst. Du hast mehr im Leben verdient, ergreift die Chance, bewirb dich bei uns als Mitarbeiter, als Auszubildender, klick den Link, follow me on Facebook oder Instagram und da auf YouTube und ich freue mich auf deine Bewerbung und dann leben wir zusammen das Leben, was wir verdient haben. Dein Holger. Brüder und Partner, mein Name ist Marcel Burlager und wir sind ein tolles, motiviertes Team, das sich gegenseitig jederzeit bei Problemlösungen unterstützt. Möchtest du dazugehören, dann begib dich jetzt. Oder wir fahren durch Westwood und ich zeige dir mal die UCLA und vielleicht, you never know, der zweite oder dritte Bildungsweg, den machen wir dann hier. Der Faktor Mensch im Mittelpunkt steht und 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 So, bewirb dich jetzt noch, wenn es unbedingt sein muss, ja, dann gehen wir auch ins Lala Land an kaufen für Freunde, Bekannte und für alle, die noch nie hier waren, wunderbare Souvenirs, Souvenirs, Souvenirs. Willkommen bei Brüder und Partner, mein Name ist Philipp Smith. Hier lernen wir jeden Tag Menschen den Job zu vermitteln, den sie verdienen. Möchtest du auch mit viel Spaß und Freude Menschen bei ihrer Karriere helfen, dann bewirb dich bei uns. Also, wir zwei beiden, wir arbeiten bei Brüder und Partner, weil wir auch in ganz hektischen Zeiten und stürmischen Zeiten die Ruhe für sie bewahren. Vor allem haben wir hier die besten kleinen Neuverkäufer und vor allem aber tierlieb sind wir auch noch. Also, bis ganz bald, alles Gute, ciao. Und wenn man nicht aufpasst im Leben und sich zu sicher ist, dann passiert so hier wie bei den Beverly Hilton, dass in den 70er, 80er heute das Hotel schlechthin war, sich auf den Lorbeeren ausgeruht hat und bumms, zack, kommt das Waldorf Astoria, baut sich einfach davor in schöner, größer, neuer. Ja, und jetzt können die ganzen Jungs, die das Beverly Hilton so toll fanden, die haben jetzt erstmal das Waldorf direkt vor die Nase gekriegt. Also, nie zu sicher sein, immer mutig, bis sie fleißig bleiben. Mein Name ist Tabata Hegemann und ich bin Ausbilderin bei Brüder und Partner. Und wenn du deine Ausbildung mit ganz, ganz viel Spaß und einem jungen, dynamischen Team machen möchtest, im Personalwesen im Herzen von Münster, dann freue ich mich auf deine Bewerbung. So, wo bin ich sonst außer für euch in Hollywood? Also, bewirb dich bei Brüder und Partner als Mitarbeiter, als Sales, als Verkäufer, als Auszubildender. Und der beste Verkäufer, der beste Auszubildende ist einmal im Jahr ist der mit mir hier in Los Angeles. Zum Beispiel hier, wo die, äh, ich bin ein bisschen erkältet, das hört man, ne? Unglaublich. Zum Beispiel hier, wo die weltberühmte Oscar-Verleihung stattfindet im Codex Theater, auf dem Walk of Fame Hollywood Boulevard. Und bewirb dich bei uns unten, klick den Link, folgt mir auf Facebook, YouTube, Instagram. Und der beste Verkäufer, der beste Auszubildende von und bei Brüder und Partner fährt einmal im Jahr mit mir. Hier nach Los Angeles, hier nach Hollywood, hier leben wir, hier lachen wir, hier lernen wir, hier arbeiten wir zusammen. Und ich bin auch dein Mentor. Und, you never know, vielleicht seid ihr mal bei Günther Jauch und dann gibt es schon eine, eine wunderbare Auflösung einer wunderbaren Frage. Ihr wisst ja, dass der Walk of Fame aus den ganzen Sternen hier besteht. Aber es gibt einen Stern, einen Stern, der ist nicht, der ist nicht auf den Boden eingelassen, nicht auf dem Walk of Fame, sondern der befindet sich, wenn ihr hier eben, wo die Oscar-Verleihung ist, wo die Stars jedes Jahr einmal rauflaufen, ja? Der befindet sich hier an der Wand. Und der gehört, habt ihr gelesen, ne? Mohammed Ali, die Frage ist natürlich, die Günther ja auch Frage, warum hängt dieser Stern, als einziger Stern übrigens, an der Wand? Und wer weiß es, wer weiß es, ich zähle mal rückwärts, 3, 2, 1, genau, Mohammed Ali, weil der Glaube sagt, ja, Mohammed, keiner darf meinen Namen mit Füßen treten, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen hat Mohammed Ali damals gesagt, okay, einverstanden machen wir, aber ich möchte gern an der Wand hängen. Also, bewerbt euch als Mitarbeiter, Verkäufer, Sales für den Standort Münster, Homeoffice vielleicht. Und der beste Auszubildende, der beste Mitarbeiter, Verkäufer des Jahres fährt einmal im Jahr mit mir nach Los Angeles und wir leben, lernen, lachen und arbeiten hier zusammen. Vielen Dank.